Willkommen zu einem neuen Projekt, zu einer neuen Staffel. Wir spielen Green Project von Xeon Games. Ein herrliches kleines Indie-Game zum Entspannen und Runterkommen mit Suchtfaktor. Ja, ich habe es schon ein paar Mal angekündigt, dass ich dieses Spielen werde. Und heute ist es soweit. Wir werden nicht fortsetzen, wir werden nicht laden. Ich habe es schon lange bei mir im Portfolio drin. Ich habe es auch schon lange gespielt. Braucht ihr bei mir nur nachzuschauen. Wir starten heute ein neues Spiel, bist du sicher? Jawohl! Xeon Games präsent. Green Project. Und da kommt die Rakete. A Game by Dawson. Die Wolf. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Soweit ich richtig informiert bin, hat er das Spiel alleine programmiert. Seine Kameraden vergaßen ihm im Weltraum. 300 Jahre verbrachte er in langen, traumlosen Kryoschlaf. Die KI seines Systems hat automatisch die Erde angesteuert und versucht, ihn nach Hause zu bringen. Doch dieses wurde von einem destruktiven Pilz zerstört und die Menschheit befindet sich in Ruinen. Nach allem ist er zu Hause ein Erdling. Er wird überleben? Was? Oder nicht? Nur mit Unterwäsche bewaffnet. Gesponsert von Waza. Betonung auf Waza. Und seiner 80 Jahre Pfadfinderuniform. Wird er sich anpassen oder im Staub seiner Mutter Erde vergehen? Wie ihr schon gesehen habt, wir sind 300 Jahre lang im Aal rumgetrieben. Die KI bringt uns jetzt runter auf die Erde. Und dort sind wir auch schon mit nichts angelandet. Ich wäre fast gestorben. Ich weiß nicht, in welcher Region der Erde ich gelandet bin. Aber es ist ziemlich heiß hier. Hat der Computer sich vielleicht im Planeten geirrt? Nein, hat er nicht. Erschrecken dich von dieser einfachen Pixel-Grafik. Es macht trotzdem übeizt Laune. Mit Tab kann man das auch ein bisschen nach raus zoomen. Also es geht nur die zwei Stationen. Hier oben haben wir das grüne Icon, das Blatt. Das sind die Bäume, die wir setzen. Kleiner Baum. Eins, wenn er ausgewachsen ist. Zwei Blubber. Lila Blubber werden wir dann sehen. Es gibt genau 2817 Stück, die wir uns noch Höhle holen können. Das Ganze wird gesteuert mit WSAD. Und mit, ja bei mir steht jetzt hier statt F1 und so weiter 12345. Alpha ist nur, dass das die normale Tastatur ist. Ich werde es mal so umprobieren. Denn mit den F-Tasten habe ich Probleme, dass bei mir auf der F5-Taste die Aufnahme liegt. Interagieren einfach mit der linken Maus-Taste. Space Capsule ist broken, but score. Wir schnappen uns mal das ganze Zeug, was hier rum liegt. Die Loot-Kisten einfach mit links anklicken. Das Zeug mit Doppelklick rausnehmen. Stein, nee, lass mal liegen. Wasser liegt hier rum. Ich hoffe mal, es ist, nee, ich mache jetzt keine Witze über Knäckebrot. Das Leben hängt an einem seidenen Faden. Oh, eine Jeans. Und andere Sachen, die er bestimmt nicht mehr braucht. Hm. Und als Bonus? Ein wenig organische Masse? Will ich das unbedingt haben? Weiß ich nicht. Werden wir? Ja, brauchen wir, brauchen wir. Ich kann das nicht benutzen. Ich benötige irgendeinen Container. Was? Ich wollte da nur drauf gucken. Jawohl. Willkommen, Fremder. Du findest meinen letzten Willen an der Zementmauer nicht weit von hier. Mein Körper der Wissenschaft zu spenden ist nun unmöglich geworden. Benutze ihn. Was? Achso, als Kompost für deinen Gemüsegarten. Ich wollte gerade sagen, das klingt aber seltsam. Wenn dir die Krähen etwas übrig lassen. Ha, ha, ha. Ja, seltsamster Humor. Wir untersuchen mal die Leiche. Haben hier organischen Abfall, ein Jagdenmesser, Thymian und eine Jeans. Die Jeans ziehen wir ja gleich an mit Doppelklick. Und schon, hast du gesehen, haben wir hier drei Inventarplätze mehr. Lass dich nicht verunsichern von der Größe des Inventars. Das kriegen wir erst relativ spät im Spielfortschritt voll. Dazu brauchen wir dann Rucksäcke, verbesserte Rucksäcke und so weiter. Das dauert eine Weile. Oh Mais, es wäre keine schlechte Idee, einen Gemüsegarten anzulegen, anstelle faul herumzuliegen. Ich werde nicht lange mit meinen Nahrungsverräten überleben. Ich sollte mir Zeit dafür nehmen. Nehmen wir auch. Hier sind die Blubber. Nicht reinlaufen. Du bist nahezu instant tot. Mal ganz kurz drüber laufen auf so einer Kante. Kannste? Aber auch nicht weiter. So, hier haben wir dann die Tipps, die er meinte an seiner Betonmauer. Hier haben wir noch ein paar Steine zu looten, aber wir gehen erstmal ins Gebäude rein. Was gibt es noch zu sagen? Hier unten ist noch eine schöne Karte. Da kannst du dir die Gegend angucken. Hier sind Gebäude, werden wir später angucken. Hier sind wir. Deswegen auch hier und so weiter. E gleich mc². Wir sind hier aufgeschlagen mit Geschwindigkeit. Hier oben, werden wir uns auch angucken, ist ein kleines Bergwerk. Hier ist eine Reparaturanstalt, eine Werkstatt, soll man mal suchen. Anstalten. Hier ist irgendwas mit, ja, Toten, Kreuz und werden wir uns auch angucken. Den Geigen gibt es nicht, das ist nur an den Rand gekritzelt. Dort ist ein Parkplatz, hier sind ein paar Gebäude, die werden wir auch alle entdecken. Huch, ne, hier machst du zu. Und mit Escape kannst du das Menü aufrufen, kannst du speichern und so weiter. Einstellungen, Hauptmenü, Hilfe. Ähm, Pause gibt es hier im Moment noch nicht. Das, ja, das ist ein entspanntes Spiel. Wenn man sich jetzt nicht selber in Hektik versetzen lässt, so wie ich meistens. Es geht da drum, diese Blubber. Mal, warte, dann gehen wir wieder raus, jawohl. So viel Zeit muss sein. Ein Fuß, dieses toten Baum ist Wuchstüm hier. Und ich muss Bäume pflanzen, um mehr Wildpflanzen zu bekommen. Ja, ist ja richtig, aber dazu müssen wir erstmal hier die alten Bäume hacken. Wir sind eingeschlossen rundherum um unser Haus von diesem lila Blub. Wir kriegen den lila Blub nur weg, wenn wir Bäume pflanzen. Dann wird unten dem Baum drumherum in verschiedenen Wachstumsfasen immer mehr grün. Und das lila Blub wird zurückgedrängt. Ziel ist es dann sozusagen, den lila Blub zurückzudrängen, dass wir hier weiter erkunden können, weiter bauen können und so weiter. Der Baum hier ist abgestorben. Den haben wir, oder den brauchen wir jetzt dann nicht stehen lassen. Wir looten hier mal weiter. Organischen Abfall, das ist alles wichtig. Das brauchen wir. Den Dymian auch. Und hier mit Linksklick Tür auf und dann können wir schön reingehen in unser Kapuff. Ja, puff. Haben gerade Lederschuhe gelootet. Und kriegen hier noch einen Inventarplatz frei. Um diesen Topf zu starten, reicht es aus, Wasser zu kochen und abzukochen. Ich werde später eine wirtschaftlichere und fortschrittlichere Version bauen. Ja, es gibt einen Ofen. Also nur so einen richtigen Kochherd. Es ist sinnlos, Rezepte mit gereinigten Wasser zuzubereiten. Kochen entgiftetes Wasser. Ja, du kannst benutztes oder dreckiges Wasser, was hier drin ist, dort reinschmeißen. Ein Wasserspeicher in Domine. Er wird sich nicht mit dem nächsten Regen föhnen. Vorausgesetzt, es regnet eines Tages auf diesem verdammten Planeten. Es wäre schlau, wie ich, einen herzustellen und draußen aufzustellen. Es regnet immer in der ersten Woche am Mittwoch und in der nächsten Woche dann an einem zufälligen Tag. Kannst du das nicht beeinflussen? Das brauchen wir. Das Hemd brauchen wir. Hemd ziehen wir gleich an. Das Ding legen wir in die Hand runter. Machen das mit einem Rechtsklick hier voll. Hier liegen die Holzscheite. Das ist ganz wichtig, da habe ich am Anfang ewig gebraucht, dass ich dort Holz reingekriegt habe, damit ich dann kochen könnte. Das ist meine Kochflasche für die Rezepte, wo wir Wasser brauchen. Das erstmal wieder raus. Hier schmeiße ich gerne das Essen mit rein. Die Schokolade können wir schon mal essen. Die macht 20 oder so. Die Konserve, na gut, eine Konserve können wir behalten. Das können wir behalten. Das schmeißen wir raus, dass wir schon mal ein bisschen Platz im Inventar haben. Ein Schneidetisch, der ausreicht, um einige Tiere vor dem Kochen vorzubereiten. Das heißt, Tiere halten. Wir schnappen uns den Thymian, schmeißen das Messer hier rein. Hier brauchen wir es am meisten. Und das ist aus dem Inventar raus. Da haben wir schon mal ein bisschen aufgeräumt. Thymian hier rein. Das machen wir dann später. Jetzt gucken wir hier rein. Achso, jetzt habe ich hier alles zugeklatscht. Wir brauchen die Axt. Die kommt bei mir meistens auf die 1. Wir brauchen die Hacke. Die können wir auf die 2 legen. Wir brauchen die Gießkönne. Die können wir auf die 5 legen. Wir brauchen Maissamen. Auf jeden Fall. Wir brauchen die Sichel. Achso, die liegt sonst immer auf der 2. Die Hacke auf der 3. Ja, jetzt kommt es langsam wieder. Wir haben hier die Baumats. Wir haben hier den Mais. Dann packen wir hier die weiteren Baumats mit dazu. Und für den Anfang auch das hier mit rein. Das ist ein ganz normaler Spind. Aufbewahrungspind. Hier haben wir einen Chemietisch. Wenn ich Rezepte finde, könnte ich Chemie machen. Die werden wir später auch finden. Ein Chemielabor. Und dann hier sind die Rezepte drin. Ich könnte damit beginnen, einen Regenwasser nach Westdorf zu bauen. Ich weiß nicht einmal, ob es auf dieser Erde noch regnet. Jawohl, es regnet. Ich weiß es ja. Ich habe das Spiel hier schon gespielt. Das ist die Werkbank, an der wir sämtliche Sachen herstellen und reparieren können. Es gibt ein nützliches Schleifsteinrucksack. Rucksack brauchen wir aber noch bestimmte Sachen. Das dauert. Betonfliesen brauchen wir später. Küchenbrunnen ist schön groß. Eidex-Nautflasche brauchen wir im Moment nicht. Landwirtschaft brauchen wir auf jeden Fall. Die Wasserspeicher. Wir brauchen definitiv mehr Wasser. Das innen drin reicht nicht. Wir brauchen aber auch einen Komposter. Organischen Abfall werden wir mal kurz herstellen. Später kriegen wir das auf andere Art und Weise. Also einen Samensortierer brauchen wir auch. Dann können wir draußen noch mehr anbauen. Tierzucht machen wir später. Rohstoffe werden wir herstellen. Werkzeuge reparieren. Und Mäbel können wir dann auch herstellen. Hier gibt es einiges. Aber. Ich mache mal Licht aus. Das ist uns zu garmisch hier. Wir haben jetzt das Inventar relativ frei. Nein. Wir haben hier noch die Schleifsteine drin. Die packen wir erstmal zur Seite. Baumolz Rest. Und Mäbel. Hier oben haben wir unsere Werkzeuge. Die hole ich später rüber. Was sind die? Warte mal. Damit die nicht ganz so weit weg sind. Wir probieren die mal hier reinzuschmeißen. In den Schleiften. Ach, das passt. Hier gibt es noch keine Sortierung, dass das hier nicht reinpasst und so weiter. Und das ganz Neckische, was hier ist, aber das muss ich unbedingt zeigen, wenn du Mäbel baust. Es gibt verschiedenste Rezepte, 220 Stück im Moment. Zumindest steht das in der Info in Steam. Aber es könnten auch mittlerweile schon mehr sein, weil der haut permanent hier neue Rezepte rein, neue Sachen rein. Es gibt jede Woche, Freitag, ein Update. Jede Woche. In der einen Woche ein kleines und in der nächsten Woche immer ein großes mit Content und sonst irgendwas. Also sehr nice, wie der Herr hier patcht und das alles im Griff hat. Holztruhe kostet Holz, ganz normal, einen Hammer und Nägel. Dieses Rezept packst du hier oben rein und dann weiß der, er baut eine Holztruhe. Für ein Glasregal brauchst du fast dasselbe. Packst aber kein Glas dahinter, sondern die Säge. Also du kannst mit diesen einzelnen Komponenten hier, in denen du so verschieden reinlegst, immer verschiedenste Rezepte machen. Das ist schon fast wie bei 7 Days to Die, falls du dich erinnerst. Einfach nur nice, einfach gemacht. Damit wir jetzt nicht noch mehr von dem Tag verlieren, gehen wir mal raus und holen Ressourcen. Eins, haxt und mit Rechtsklick fünfmal hacken für so eine Art Baum. Dann fällt er um. Viermal hacken und du kriegst hier auch noch organisches Material. Einen Ast und einen Holzschalt. Was wir auch brauchen im Moment, sind die Thymianen. Thymians. Genau. So, hier machen wir auch mal ein bisschen sauber. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Sicher nicht überstrapaziere. Wir haben am Anfang sehr wenig Ressourcen. Bäh. Sieh, wie ich noch links gedreht. Wenn du hier das vertrocknete Gras wegmachst, kannst du hier auch wieder noch Sachen aufstellen. Ah, den wollte ich nicht weghaben. So, da gehen wir mal ein Stückchen her und fangen wir an, hier richtig schön Bäume zu hacken. Wir brauchen das Holz. Wir brauchen die Äste. Um die Wasserkontainer herzustellen. Und bis Mittwoch müssen sie alle fertig sein. Dazu, achso, das habe ich ganz vergessen jetzt. Brauchen wir auch die Hacke. Drei. Wenn du hacken möchtest, immer davor stehen. Nicht drauf. Da macht er nichts hier drauf. Der macht nur rundherum. Wenn du dich hier davor stellst, kannst du schön da hacken. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Dann können wir ihn in die Hand nehmen. Zehnmal Samen setzen. Und du siehst hier, da wo ich draufstehe, will er nicht. Selbst wenn ich hier selber dahin gehe, gehst du einfach eins zur Seite, dann kannst du die da auch setzen. Damit haben wir hier die Samen gesetzt. Und was hier ganz wichtig ist, du musst auch begießen. Außer es regnet gerade, dann wird es automatisch begossen. Und später, wenn wir die Spitzsacke haben, können wir auch Löcher in den Fußboden graben. In die Löcher kommt dann bei Regen automatisch Wasser rein. Und dann wird es auch automatisch rundherum. Wenn du hier ein Loch reinmachst, wird rundherum ein Achterfeld. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Automatisch bewässert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017